Hallo und herzlich Willkommen auf dem Gipfel des Berges mit der lieben Power-Britze in unserem Master LP Portal 1. Wir sind die Könige der Welt, bis einer fällt. Flank. Oh, das ist eigentlich mehr gefällt, so. So schlau die Idee, hier hochzuklettern, um euch mal die Aussicht zu zeigen. So blöd, mit dem wir runterlaufen. Naja, es geht auf jeden Fall auch schneller runter. So muss nicht. Guckt euch das mal an hier oben, wir sind am höchsten. Naja, gut, höchster Punkt ist gelogen, da oben sind noch Inseln. Aber dann so ziemlich den höchsten Punkt der Map, ey, von cool. Das muss unbedingt mal sein, dass wir hier mal raufkraxeln. Ja, das ist ein Berg, da ist sie sich nun besteigen da. Eben. Ja, und jetzt ist der Berg zum Sterben da, sterben! Ich nehm den safe Weg, ohne Aussicht. Also ich bin auch safe, guck mal hier ist wie ne Treppe. Wir hätten uns gar nicht hochbauen brauchen. Oder hochbuddeln oder was auch immer wir getan haben. Hier ist, hier ist easy peasy ne Treppe. Guck mal nicht denn jetzt gelandet? Wenn man nicht einmal alleine lässt. Ich schieße auch nicht, geht weg! Übrigens war unter der Höhle den Berg, wo ich durchgefallen bin, fast gestorben. Also so sicher war man sich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich es gerade noch gehört, dass du mit irgendwas kennst. Ach, da hinten! So, unsere Aufgabe ist es nach wie vor so ein bisschen die Welt noch zusammen zu puzzlen. Ja. Ja. Und wir sind natürlich auf dem Weg zum neuen Portal. Ach so, ich hab doch noch ein bisschen halt. Hier zu mir! Irgendwo. Ja. Das sagt meine Uhr auch. Aber ich muss ein bisschen aufpassen hier. Tup, 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 tup. Ich hoffe nicht, dass es in den Berg ist, das Ding. Nein. Hat mir schon mal Pech in diesem Spiel, liebe Pausel? Ich glaube nicht. Nein. Das Spiel liebt uns. So wie die 50 Sachen vor mir. Haut ab! Und die Schilis nicht. Ich fühle mich hart. Ich hab gesagt nicht anreisen. Aha. Ich hab angefangen. Du darfst mich aber nicht tun. Oh! 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 Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja, jetzt ist der Kumpel da, mein Freund. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Tschüss, Kumpi! Oh, der hat mich auch gut erwischt. Hab' ich gar nicht gekriegt, dass er mich erwischt hat. Auf jeden Fall werde ich die Zielsicherheit von meinem Eisbing hier nachher noch leveln, wie ich wieder aufleveln sollte. Juuu! Ätzen! Okay, ich hab' ein bisschen gönnen, den sollten wir ja schnell runter haben mit einem Eis eigentlich sagen. Joa, der findet mich gut. Der würde ich schlieben, wie auch immer. Ich hab' wieder voll. Cool! So. Na klar. Guten Tag! Mit zusammen, mit dem ist schon. Alter. Massenangriff. Eine Massenkarambolage. Haha, hast du wohl gedacht, du fetten Fettsche. So, du jetzt auch noch als Fettsche. Ich hätte nur noch ein Viertelherz. Das ist nicht allzu viel. Aber da wurde es ja auch von drei Seiten penetriert. Oh, guck mal, Hölle. Das da hinten ist doch bestimmt ein Portal, oder? Oh. Nee, das ist auf der anderen Seite. Okay, ich hätte gedacht, dass da vorne wäre jetzt so ein Portal. Na gut, na gut. Äh. Ja. Wo willst du denn jetzt hier weiter zum Portal? Hä? Hä? Nein, willst du mich verarschen? Ich bin jetzt gerade grün im Kreis. Siehst du das? Ja, wir sind drauf. Wir müssen hier runter. Aha. Das heißt, wir sind drauf. Alles klar. Ja. Wollte ich gerade sagen, jetzt bin ich jetzt hier vermöbeln. Ja. Aber pass auf, dass du dich gleich ab... Hier ist Schmauer weg. Jaaaa. Hallo? Oh. Was denn? Hier kann man die anreifen. Hier kann man die angehalten. Ach man. Nein. Oh mein Gott das wird. Was ist denn hier für eine Party? ist nicht hier mit hauen und so hast du den letzten ja wer weiß vielleicht landen wir auch getrennt ja als ich bin abzweigung ja ich habe mit abschneid extra die andere genommen die immer lacht das war der da mit charme damit was haben wir denn jetzt für eine coole map ist das alo riveri ich möchte mal gibt es da obsidian und kluster kristalle schimmer ich habe schlimmer ich glaube das ist eine kristallfahne ich glaube das portal finden diese welt richtig schwer werden ja also ich bin ja scheiße ich glaube wir sollten wir auf den kompass gucken also muss das portal dort mein kompass weiß es auch nicht dass ich umrat mich schon wieder ganz schön ja gibt es auch einmal nach unten und einmal nach rechts richtung unserem schießen das leuchtet so schön Oh, ich bin schon so voll, tschüss, tschüss, ah, ja, zack, 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 so, nein, da muss ich hin. Oh, der hat auch Power. Man sollte es auch auswählen, zack, 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 so, den letzten musst du machen. Uiuiui. Uiuiuiui. Jetzt auch sagen, wenn es hier so eine Todesfalle ist. Du meinst den kleinen Abgrund hier? Ja. So wollen wir den, ach, ich schaffe auf, wir gehen einmal rüber. Tschüss. Ich mach mal schnell ein paar mit hier, das soll ich nicht schön. ja cool wenn man wenn man ja daraus klamotten machen könnte die denn auch so schön leuchten so zauberklamotten dadurch dass es ja seide ist es wird hier in der ehe zusammen reingewirtschaft also dann wieder raus ich hab das hochzeugslesby vergessen so wie es scheint ja das war in dieser letzte den bestehende unterschrieben hat und dann weiß ich auch nicht mal wenn ich sage ich bin ja nicht umsonst mit dir in die fälle gegangen ja da wirst du schon merken wenn es dann irgendwann ärger gibt dass du was vergessen so welcher ist das jetzt natürlich unten ist das war klar so die map hier hat kein portal das heißt wir gehen mal wieder zurück und suchen da das andere portal war wie viele fragmente hast du dann noch 30 ist was ist das grüne gegen hier ist das ein gegner siehst du auch das grüne dafür doch bestimmten gegner oh ja es liegt nur eine flamme statt der kopf da ist der körper darum was gibt es auf der welt denn so schön normal und hier gibt's mini dran ja ich bin ja auch es bleibt ja nicht nur noch ein paar wir haben wir spitzhage als pflanze doch immer und chili blät haben wir dann haben wir hier gold und obsidian und wir haben eine person die sie gibt ich habe mich bei ihr mann das ist das zeichen abzureißen Ja, man merkt sich nicht. Achso, ich dachte schon ein bisschen abgereist, Ulrich. Hallo, Johnny! Hallo! Mein Pups reicht nicht, mein Eis-Pups. Hallo, Johnny! Ja, toll, für den hat's gereicht. Ha ha, kommst du nicht hier rüber. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ich würde mich ja ankotzen. Hier kommen aber auch nicht rüber. Schriftrolle. Ha ha. Oh. Ha ha. Mann, ich kann nicht so weit pupen. Ja, das ist die Schriftrolle der Halle. Ja, sagt er mir auch. Der andere ist mit den Cent zu groß. Ha ha. Tschüss! Oh, blablabla. Er hat hier mega super gefeuer. So, bloß jetzt hier nicht runterfallen. Lalalala. Wo ist das ohnehin hinbekommen? Ich hab' glaub' meine Obsidien. Meine Schleifsteine sind weg. Das stimmt, dann sieht ja einer. Hast du etwa zu viel geschliffen? ja das wird so kam ran hier wir machen den fettkopf fertig ich habe echt immer den weg verbreitet zum weglaufen ja party dann spricht alles punkte ja auch ganz nah wie noch recht fix war was 1300 der geben jetzt auf fettkopf jagen den länden der ball wieder klopft ich war gerade ja das ist wie so ein chameleon in dieser welt oder da war auch noch ein hundert punkte aber dafür kriegen wir die u weg da ist ja da ist sonst stein vorsicht ja und 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 Hier ist ne Höhle! Ich hab hier also noch... Daunt mich ne Höhle! So, sagen wir noch mal... Höhle! Ja, Höhle! Hier ist bestimmt irgendwo ne Kiste! Das Gold liegen lässt! Ja, weil ich jetzt hier ne halbe Stunde sammeln will! Hier ist doch was! Huh! Na, ich hab auch was gefunden! Ja, ich hör's! Ja, wo ist... Ach, da unten! Ah! Ah! Die liebe Powerbritze macht... Ah, ah! Nee, eigentlich man kann... Ah, ah! Ach, schon wieder so! Wie, der hat sich gehalten! Der hat uns ja auch nicht so... Hopp! Na! All das! Wenn denn hier Gleichberechtigung! So! Hat der ja davon! Von seiner Rumschiederei! Der Kopf und der Raserei! Raserei! Hallo, Johnny! Hä? Wo ist er da? Ich bin einfach nur weiter runter gelaufen! Ich friss Wasser! Oder Eis! Oder Wasser Eis! Hm, ich möchte Wasser Eis! Oh, toll! Jetzt geht's ja auch noch hier noch lang! Huh! Oh, ich seh schon, da ist die Küste! Oh mein Gott, oh mein Gott, der ist ganz schön nah! Zum Glück habe ich Mana zuerst weg! Lass niemand so noch nicht dran, dann bist du doch wieder verheiratet! Und du hast doch schon den Käpt'n Graubald hier zum Mann genommen! Ja, ich weiß, es war eine doofe Entscheidung! Ich wollte gerade sagen, das macht kein Fehler, aber! Du musst dich doch noch steigern, irgendwann das geht doch noch an mir gar nicht mehr! Njuuu! Ja! Nein! Ich mein, das zu steigern ist nicht allzu schön! Hä? Da hattest du deinen Kommentar! Unbesteigbar, oder wie das heißt! Ja, das kann man jetzt auch zwei Leute sehen! Du bist unbesteigbar! Au! Hallo, Kiste! Oh, ne Kiste! Au, hab du Wumpfi! Au! Au! Party, 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 Part! Party, 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 Part! Ich hab den Zug verpasst, ob da... Party, 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 Part! Ja, es geht rauf! Ja, es geht rauf! Geh doch! Oh, es geht rauf! Geh doch! Oh, es geht rauf! Geh doch! Wie doch nicht! Haben wir das letzte Mal verlaufen! Hehehe! Weiß nicht mal, wo du bist! Folge meinen Namen! Da! Ist dein Name! Und die Name war... Oh, hier ist das gemütlich! Ja, ne? Aber der Kollege hat Dreck im Zimmer! Ungetiefert! Ist ja gemein! Was? Mehr gibt's nicht? Ich hab gedacht, das ist jetzt... Oh, guck mal! Wo ist dein Bedingungen? Oh, geil! Eine orange gestreifte Katze! Wir haben eine Katze gerettet! Das ist... Lobeswert! Gerettet! 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 Und hier hinten lang gibt's auch noch! Nach dem zweiten Weg! Geh kaputt! 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 Achso, apropos Stubenaufstieg! Das werden wir gleich mal machen! Gleich mal Punkte verteilen hier! Schaden Distanzangriffe! Was ist denn da jetzt? So! Jetzt braucht ich noch ein Level! Dann kann ich hier meinen... wäre der trinke ich habe die ursache gefunden meine steine hinsicht vernichtet ich wollte dich einfach nicht doch niemals niemals nie übersehen waren wir hinten schon ja 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 da war die kiste ob das was ja und nun ja wo ist das aber wie aber gut wenn ihr noch gegen sie sind dann hatte ich wohl gerade an er kann ja auch noch mehr sein hatte bis bei den das war hinterrückte angreifen da gibt es doch gar nicht ja hier fliegt alles rum ja man sieht vor lauter eisködel gar nicht hier ist auch noch weg aber hier ist eine truhe warte ruhig ja ja der auf dem weg so ja 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 Überhaupt die Hüte, ich habe keinen Platz in der Hüte. Toll. Da waren tatsächlich Fackeln und Winterfelgen. Winterfelgen? Ne, Felgen. Achso, Winterfelgen. Winterfelgen. Das wird so cooler. Für unser Lager, Winterfelgen. Machen wir uns so ein Portal-Mobil. Ja. Wo kennt sie denn? Eigentlich müsste es hier so ein cooles Auto geben. Ja. Wollen wir noch eine Truhe? Oh. Ja. Halle. Schiss vor euch. Ich nehme die Klappe. Hallo? Hallo? Moneten! Moneten! Boah! Sonnenblumen! Boah! Ich habe noch einen Diamantenwander. Cool! So, war es das jetzt oder geht es noch weiter? das müsste es doch jetzt eigentlich gewesen sein ja auch hier auf jeden fall so okay ich glaube bevor ich jetzt hier die ganze höhle lang wollen wir jetzt wieder zurück zur alten noch denn oder also zur alten welt da können wir gerne machen quasi nach hause nie zu der vorherigen wo wir hier sind weil wir da ja noch ein zweites portal machen wenn wir das zweite portal jetzt noch in die nächsten paar minuten finden dann haben wir heute ordentlich was geschafft ja das haben in der tat und weiter geht es durch den damen schauen hoffentlich mit heavy end ja ich hätte gleich ein klub an hier mit dem irgendwo hier lang das kann aber dann kann ich schon mal nicht mehr aus dem titel goldrausch in den glitzer rauch so meister des springkunst diese pubel zu meister springkontakt aber wie schnell dreht aber das macht nichts denn ich lieber ist da unten irgendwie so einen sonnenhöhlen eingang weil sie davor du hast mit der plattform war sie da wo mein kopf was gerade zeigt quasi damit dieser plattform davor dass sie aus als ob das vielleicht hier reingeht ist so auffällig gebaut ja das ist cool aus und sollte eine das sind die kohle aus nicht du kohle und und ach scheiße pflanzen kaka kaka ha 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 Ich bin der Heimkuh! Ja, Hi! Ich bin der Heimkuh! Ah ne, es gibt ja nur einen wahren Heimkuh! Ich bin der Heimkuh! Oder Chor! Hier, Corn Chor! Juhu, grüß! Dankeschön! so weit jetzt ja Oh, kann ich auch lesen. Das ist das Zeigen eines Jungen über die Besuche der Portröte. Die Einträge hören hoch drauf. Wie mysterious. Und so können wir sie runter bauen. Ja, ihr seid schon wieder, wenn ich auch trauweil gebürstet. Ja, trauweil. Ah, ich häng an diesem Ding-Ding hier fest. Uh. Kaka-Tower, Kaka-Tower, Kaka-Tower. Ja. Ja, wie es scheint, wird es ein bisschen länger, da muss ich kommen. Aber noch ein bisschen. Wir wollen nur unten noch einmal gucken. Genau, wir wollen nur mal gucken, nicht anfassen. Wenn wir die ganze Zeit ja angefasst werden. Hau da mal ab, Folleise. Krass, hier du. Knallkopf. Ah, geht doch. Meine Güte. Ne, da geh' wir nicht drüber, dass er noch mehr trubelt. Kuck mal, hier kommen wir ruhig runter. also das war ja auch so ein blitz ging hier ist das schönes gut ding cool teppich ja ich kenne meine frau was geht ja was geht denn hier ab wir sind voll viele die stelle wenn das aber viele sagen muss geht doch recht sagt sagt man sagt hat sich auch wieder ledig so sich das auch ein bisschen mehr respekt von den gegnern so da vorne haben wir dann wieder so super johnny hier jetzt ist auch gelungen auch guck mal noch eine katze das ist eine graue glaube ich nur noch was heißt nur ich kann weil wir könnten zu eröffnen aber schade dass man die tiere nicht irgendwie ja so einen garten setzt kann oder so eingezäunt oder so macht das ablums gezielt aber nicht lange so jetzt bin ich da oben ja leute was da ist wenn wir das nächste folge erfahren würde ich mal sagen ja genau dann gehen wir da das nächste mal hin weil ich glaube von da aus kommt da wohl runter bauen oder runter jumpen das werden wir in der nächsten folge machen hoffentlich dass wir das auch nicht vergessen nicht dass wir in der nächsten folge sagen ach ja wir wollten ja da hin und total machen also ja wir strengen uns an um zu merken dass wir da runter holen hier steht doch schon richtig da wollen wir hin ja wer will mal sagen bleiben wir mal neugierig und schauen mal ob es da unten überhaupt irgendwas gibt oder vielleicht ist es auch einfach nur eine plattform mitgegnen wer weiß ja also irgendwie sieht das so besonders gebaut aus da muss ich würde nicht ja die beflüchtung habe ich auch aber wir lassen uns überraschen vielleicht können wir uns da ja irgendwo durch und vielleicht gibt's da ja eine tür oder so was man durch muss alles klar dann würde mal sagen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder genau tschüss 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 tschüss